In diese Neubauwohnung ziehen jetzt Migranten ein. Das sorgt rund um die Favoritenstraße 185 für Unruhe. In einem Neubau mit 110 Wohnungen sollen sie jetzt einziehen. Der Fonds Soziales Wien und die Diakonie starten dort ein Pilotprojekt. Die ersten Bewohner sind alle asylberechtigt und arbeitsfähig. In den nächsten zwei Wochen sollen sie einziehen. Die einzige Voraussetzung, sie müssen an Integrationsprogrammen und der Arbeitssuche teilnehmen. Die Situation sorgt für Besorgnis bei den Anrainern. Der 10. Wiener Gemeindebezirk beherbergt bereits viele Migranten. Ursprünglich wurden die Wohnungen als Luxusimmobilien vermarktet, fanden aber keine Mieter. Jetzt hat der Besitzer die Anlage der Diakonie überlassen. Das Projekt läuft für 18 Monate.